Berlin, Husum, es scheint nicht nur eine positive Wendung im Leben der einstigen GZSZ-Darstellerin Jasmin Tawil, 40, zu geben. Die Schauspielerin hat endlich ihren Sohn Ocean, 4, wieder. Wie Bild berichtete, haben Mitarbeiter des Kölner Jugendamtes den kleinen Ocean am Mittwoch mit der Bahn zu seiner Mama nach Husum gebracht, wo Jasmin seit kurzem lebt. Nach drei Monaten konnte die 40-Jährige ihren Ocean an der Nordsee wieder in die Arme schließen und war überglücklich. Ich habe vor der Tür meiner Wohnung auf ihn gewartet. Als Ocean dann um die Ecke kam, sind wir aufeinander zugerannt, sind uns in die Arme gefallen. Ich kann es noch gar nicht fassen, bin fix und fertig. Mir kommen immer wieder die Tränen, sagte die Schauspielerin gegenüber Bild. Die Ex-Frau von Sänger Adel Tawil, 44, wurde im März von der Polizei in Costa Rica verhaftet, landete zunächst im Gefängnis, bevor sie in eine psychiatrische Klinik eingeliefert wurde. Ihr Sohn Ocean kam derweil ins Kinderheim. Währenddessen musste die 40-Jährige nach Deutschland zurückkehren und den kleinen Jungen im Heim in Mittelamerika zurücklassen. Der Vierjährige wurde schließlich im Mai ebenfalls in die Bundesrepublik ausgeflogen und zunächst in einer Kindergruppe in der Nähe von Köln untergebracht. Das Drama scheint ein Ende zu haben. Nach den vergangenen turbulenten Monaten, in denen Jasmins Leben aus den Fugen geraten war, scheint der Ex-GZSZ-Star wieder Fuß gefasst zu haben. Mittlerweile arbeite die Schauspielerin in einem Café und habe ihr Leben wieder im Griff, sodass Ocean wieder bei Jasmin einziehen kann. Dann hat das Jugendamt in Husum meine Wohnung und meine Situation überprüft und hat gemerkt, dass es keinen Grund gibt, dass Ocean nicht bei mir ist, so die glückliche Mami. Die Schauspielerin und Sängerin kann nun neu durchstarten und das Drama der vergangenen Monate hinter sich lassen. Als erster Programmpunkt von Mutter und Sohn stand die nachträgliche Geburtstagsfeier von Ocean an. Er hat schon ein Po-Petrol-Auto geschenkt bekommen. Er liebt die Serie, sagte Jasmin Tawil voller Freude.